moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen folge auf dem pandemonium server manchmal klappt das eigentlich immer klappt das bei minecraft mit den zeiteinschätzungen nicht wirklich ich dachte eigentlich ich wäre schon viel weiter mit dem gebäude im hintergrund nein mit dem noch fehlenden gebäude im hintergrund aber ich habe schon zwei stunden gebraucht um überhaupt alle materialien hierher zu holen wie ein paar kaktien die richtigen bäume dann hatte ich kein akazienholz und ich brauchte noch lehm harten clay hier das heißt ich musste und natürlich packed ice das heißt ich musste in die alte welt gehen und ewig weit fahren das hat alles irgendwie mega lange gedauert wundert euch nicht dass ich vielleicht ein bisschen müde klinge ich bin nämlich noch ungemein müde ich bin eben aufgestanden und der erste kaffee läuft gerade erst durch von daher ja bin ich noch ein wenig angeschlagen zum gebäude das beziehungsweise zum eigentlich ganzen start erst wollte ich hier nur das gebäude hin bauen und danach was anderes machen aber dann würde ich wahrscheinlich den ganzen start hier nicht fertig machen also nicht er dann würde sehr lange dauern bis der start fertig ist hier vorne soll ein großes gebäude das ist sozusagen das hauptgebäude dann haben wir hier eine brücke zu den tribünen auf denen ich jetzt stehe das soll nichts großartiges werden dass der die größte form schon verarbeitet hier kommt noch irgendwo eine treppe in der mitte und dann wird hier in holz hin kommen dass man sich hier hinsetzen kann und den rennfahrern zu jubeln kann ich könnte mir auch vorstellen dass ich hier villager oder sowas hin tue die dann hier rumlaufen können das ist mir glaube ich ganz cool muss nur aufpassen dass sie halt nicht in den kontrollraum sozusagen kommen wobei das können sie auch wenn ich das mit dem button aktiviere hier vorne das ist auch egal mal gucken ich werde das alles dann im laufe des baus entscheiden ich habe jetzt nur moment so eine grobe vorstellung und ich habe auch nur so eine grobe vorstellung wie alles aussehen wird ich habe noch nicht viel vorgebaut ich habe mir nur den stil überlegt und der ja wer könnte es ahnen ist eis und schnee beziehungsweise halt kein kein holz doch holz ist auch dabei ich meine aber so nordisch werden die ganzen gebäude und auch die tribüne hier und als erstes fange ich mit dem an was ich schon in den tag ich merke ich merke selber dass ich noch nicht richtig da bin nach dem kaffee sieht das wieder ganz anders aus also als erstes will ich hier eine kleine terrasse haben die wird ungefähr hierhin kommen und die wird ein wenig über dem ganzen geschehen sein denn das hier ist ja sozusagen das verwaltungsgebäude das kann ein bisschen höher sein von da aus soll die ganze rennstrecke beziehungsweise soll der ganze start überwacht werden von daher so passt das hier ganz gut hin und dann kann der knopf gleich hier oben hin dass ich weiß wo der hin muss und es wird nacht das passt ganz gut dann baue ich nämlich ein bisschen weiter und zeige euch dann gleich wie weit ich gekommen bin und kann dann schon mal die grundrisse vom haus festlegen dann habe ich mir jetzt natürlich auch vergessen ein bild von dem design was ich mir überlegt habe auf einen anderen bildschirm zu legen von daher sehen wir uns gleich wieder wenn ich ein wenig besser vorbereitet bin oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein ich bin gestorben und zwar nur weil dieser blöde eisblock da oben geschmolzen ist ich hoffe meine items sind noch da da ist eine blöde spinne auch noch oh nein da ist das eis wo sind wo sind die sachen da ist das ok wichtig sind die elytra flügel aber eigentlich müssten die doch hier runter gewaschen sein hier hin oh nein da komme ich nicht ran aaaah Panik wie gut dass man hier eine Holzspitze hat und ich die nicht weggeworfen habe nein hier sind die nicht die liegen da noch drin klar aaaah ich habe mich in eis eingebaut weil ich gedacht habe das ist das schnellste zum abbauen ja und anscheinend hat die fackel hier oben nur den oberen oder ein eisblock geschmolzen und dann war ein skeletter was mich getötet hat ok hallo spinne eine unsichtbare spinne die würde ich ja gerne behalten ich habe noch nichts um sie ihr einen namen zu geben dann tut mir das leid unsichtbare spinne auf wiedersehen jetzt sieht man die kartoffel nicht was doch da unten sieht man sie hä das letzte mal eigentlich wollte ich jetzt den blöden spruch bringen guck mal man kann mit was zu essen ins bett gehen und ich bin mir ziemlich sicher dass ich letztes mal die kartoffel genauer gesehen habe egal eine sache bevor ich zum gebäude komme will ich noch anmerken die extrem wichtig ist ich habe hier meine kisten sortiert hier sind drei materialien drin die in großer menge vorkommen hier sind materialien drin in großer menge da kommt dann kann dann auch sowas wie das rein das hier ist eine krimskramskriste mit dem redstone und aber allgemein wichtigen sachen und das hier ist eine kiste mit unwichtigen sachen wo alles rein kommt was ich irgendwie finde wie ok so ganz funktioniert es noch nicht aber ich gebe mir meine die beste mühe ok string doch string brauche ich der ist ok den habe ich in der schaltung benutzen gut zum gebäude ups ist jetzt noch nicht so viel passiert aber die grundzüge kann man schon erkennen einmal die große terrasse aus enderside ich wollte einfach mal enderside benutzen außerdem sind wir jetzt ja auf der rennstrecke die gerade neu gebaut wird von daher kann man dann auch ähm muss ich jetzt nicht irgendwie äh cracked stone bricks wie heißen die auf deutsch keine ahnung kaputte stone bricks benutzen ähm sondern halt hier was was schön elegant ist und ich werde auch generell in dem gebäude jetzt nichts nicht viele unterschiedliche unterschiedliche materialien für den boden machen sondern es wird alles gleichmäßig damit man auch sieht dass das alles hier neu ist für das gebäude hier habe ich mir hier solche bögen ausgesucht die sich nachher auch im dach wieder spiegeln werden also das dach wird jetzt gehe ich mal auf die andere seite das dach wird ein wenig kurios ich wollte für so ein nordisches haus so ein großes dach bauen habe ich auch aber dann hatte ich halt wieder diese riesen dachfläche hier oben hinkommt also habe ich eine einkerbung im dach gemacht die ungefähr den bögen die hier hinkommen entsprechen das heißt wir haben hier das große dach was so geht und dann geht das hier so und so aber das sehen wir dann nachher noch für die wände nehme ich spruce wood da habe ich auch einiges ausprobiert für die wände aber am ende war es bruce wood dann doch am schönsten ja jetzt ist es erstmal nur ausfüllen da kommen dann auch noch fenster rein das wird dann sogar ein bisschen modern also ich möchte hier so ein dreiecks fenster rein so in der art da kommen dann die fenster rein hier vorne kommt noch ein bisschen was hin und dann verbindet das so ungefähr diesen diesen kalten nordischen look und ein bisschen was modernes von halt einer neu gebauten rennstrecke gut ich werde ein bisschen weiter bauen ich habe immer irgendwie probleme wenn ich nur was baue wirklich zu was zu finden was ich euch zeigen kann weil ich jetzt irgendwie nicht über eine schaltung reden kann und wie die ganze funktioniert und deswegen versuche ich immer ein bisschen mit einzubringen was ich mir bei dem ganzen gebäude gedacht habe wie ich das bauen will was ich mir vorgenommen habe und was möglicherweise nicht geklappt hat ich habe mich gerade verbaut zumindestens im vergleich zu meinem vorbereiteten gebäude ich habe eine block reife und dadurch wird das ganze dach anders aber ich finde das gar nicht schlecht was ich durch zufall hier gemacht also hier fehlt ein block theoretisch müsste das hier alles ein block weiter in sein und dadurch würde das dach bisschen anders aussehen es wären dach blöcke nebeneinander sozusagen sondern hier wäre noch ein also erst ab hier wäre der zweite die zweite höhe so mehr platz und kann einen ausguck in anführungszeichen bauen das heißt hier oben kommt eine dachterrasse hin und man kann dann von hier oben auch auf die strecke gucken auf die tribüne gucken das könnten dann vip plätze sein jetzt muss ich nur das ganze ein bisschen umbauen denn im moment habe ich ja hier diese gerade bogen nein ja doch okay also diese bögen die auf diese achse gerade verlaufen muss ich das so ein bisschen schief machen ich glaube die hier in der mitte lasse ich gerade das muss ich sehen wenn ich das dach hier weiter gebaut habe also wenn hier unten die lehmblöcke noch dazu gekommen sind auf der seite muss es natürlich dann so angepasst sein wie hier das heißt treppe versetzt nach rechts eine treppe versetzt nach rechts ein half slap und dann wieder eine treppe damit das einfach besser hier rein passt das schmiegt sich besser ans dach an alternativ wäre das halt in die richtung ans dach angeschmiegt gewesen so ist es schräg schräg dran und ja so sieht es auf jeden fall besser aus dann wenn blöcke füllen ich fahre nächstes wochenende zu rock im park und da wollte ich einfach mal ganz dreist fragen ob vielleicht jemand von euch auch da ist mit dem man dann da ein bierchen trinken kann das wäre natürlich super lustig wenn ich da einen abonnenten treffen würde falls ja schreibt mir am besten über twitter das ist die einfachste möglichkeit das sehe ich auf jeden fall alles hier die youtube kommentare nicht die kommentare die youtube nachrichten sind ja nicht so doll euch wieder auf dem festival zu gehen das wurde wieder zeit das habe ich sehr lange nicht gemacht ich habe seit der letzten aufnahme ein ganzes stück geschafft die letzte aufnahme war auch abends und das ist jetzt wieder morgens und in der regel nehme ich abends gar nicht mehr auf weil ich dann zu müde bin zu unmotiviert und dann spiele ich einfach nur noch vor mich hin ihr seht das gebäude ist fertig und die vögel draußen nerven mich gerade ziemlich sehr ich hoffe das hört ihr nicht das gebäude ist fertig und wie angekündigt es sieht halt ein bisschen anders aus aber das ist mir so lieber als wenn da ein riesiges dach wäre also ein riesiges dach ist zwar schön aber ein riesiges ich will jetzt plane sagen verdammtes englisch so ein langweiliges dach wo das überall gleich aussieht so doch also mir gefällt es sehr gut meiner freundin zum beispiel gefällt es nicht so gut die hat gesagt was ist das denn für ein komisches gebäude aber nein ich bin sehr zufrieden wie das ganze ist ich habe keine enderpellen mehr jetzt muss ich darüber laufen ich habe auch gemerkt dass mein nächstes projekt eine minecart strecke hierhin sein wird denn ich habe keinen bock diesen weg noch öfter zu laufen und ich werde ja noch sehr viel länger an der bahn hier sitzen damit das alles schön und ordentlich wird und daher muss hier eine gute verbindung zu meiner basis die dahinten ist geschaffen werden ja das ist jetzt das dach auf dem man ganz gut stehen kann und gucken kann eigentlich ja wirklich gucken kann man dann nur zu den zuschauern da drüben und müsste man hier hoch ich bin mir nicht sicher ob in der 1.9 das behoben wurde dass mobs nicht auf strings spawnen können also auf redstone bin ich mir ziemlich sicher dass das behoben wurde aber ich weiß nicht mehr wie das mit string ist und jetzt habe ich das einfach mal ausgetestet dass ich hier string drauf tue denn das dach kann ich nicht hübsch beleuchten zumindest ist mir noch nichts eingefallen vielleicht ne weiß nicht mir fällt nichts ein wie man dieses dach beleuchten könnte ich habe jetzt erst gedacht dass man irgendwie lampen in das dach tun kann und dann oben drauf teppich der halt eine ähnliche farbe hat wie das dach aber das würde dann die lampe könnte hier rein weiß weiß ich noch nicht das muss ich sehen ich hoffe mal dass das hier funktioniert bisher ist auch noch nichts drauf gespawnt aber bisher ist auch noch nichts ohne den string drauf gespawnt dann ist hier unten schon eine brücke entstanden ich zeige sie mal von hier eine ganz einfache holzbrücke nichts besonderes aber irgendwie muss man also irgendwie muss man hier auf die andere seite kommen ja viel mehr ist da nichts zu sagen ich wollte jetzt nicht noch mehr zäune als geländer machen deswegen habe ich hier treppen und half slabs genommen und das gefällt mir ziemlich gut das habe ich ich glaube das habe ich in meiner basis da hinten auch schon mal benutzt und daher kann man jetzt gut auf die andere seite der boden hier ja eine echt extrem andere farbe aber ich wollte auch hier nicht das gleiche holz wieder benutzen ich könnte ich kann mal versuchen wie das mit dark oak wood aussieht da habe ich noch ein paar aber dann wird das ja alles braun in braun da gefällt mir das helle besser das lasse ich lieber hell falls ich weiß nicht sehr nun mini teil falls das mir irgendwann nicht mehr gefällt oder ihr vielleicht eine bessere idee habt welches holz oder welchen welchen block man nehmen kann dann sagt das gerne es müssen nur half slabs sein anders geht das nicht und dann mir ist noch was eingefallen was man redstone technisch machen könnte was hier auf jeden fall noch fehlt wo ist da ich habe nämlich hier ein boot und ich brauche noch ein paar türen sauntüren die gehen so ah nur eins okay dann brauche ich noch ein paar mehr eigentlich nur eine mehr und ich brauche compressed ice denn ich meine zauntüren jetzt habe ich zwei unterschiedliche Farben kann man wird es dunkel ja gleich aber ich bin alleine auf dem server von daher kann ich die nacht gut überspringen doch man kann sie doch drauf platzieren aber man kann kein signal darunter machen deswegen ich muss noch mal gucken wie ich die ganze schaltung mache deswegen werde ich hier wahrscheinlich packed ice verwenden unter denen ihr seht das funktioniert nicht weil das meine ich auch ein transparenter block ist mit packed ice funktioniert es da kann man also ja was ich glaube ich letzte folge schon gesagt habe da kann man dann ein signal durchschicken hier fehlt nämlich noch ich mache das jetzt einfach mal mit packed ice damit man das ganz gut sehen kann so so und dann vielleicht irgendwie so es fehlen nämlich noch ich will jetzt schon stelle sagen aber boxen für die rennboote dass man hier drin sitzen kann vielleicht auf den knopf drückt und dann geht das auf und dann kann man auf die rennstrecke rauf das heißt halt noch nicht dass das dass es los geht sondern ja dass man da einfach nur vernünftig aus und einsteigen kann denn man darf natürlich nicht auf der rennstrecke nur normal laufen man braucht natürlich immer ein boot sonst wird man umgefahren ganz klar ich hoffe ich würde jetzt nicht schlecht hierbei und dann muss man halt wieder in die boxen rein und kann dann raus also eine ganz simple schaltung nicht besonderes aber ich muss halt für jede jedes jeden stall hier speichern oder gucken ob das boot drin ist dann müsste ich eigentlich jetzt mache ich das mal spontan einfach eine druckplatte nehmen können und dann kann man ja gucken ob das boot da drin ist oder nicht habe ich redstone nein natürlich nicht wo war das da natürlich so druckplatte drauf und boot drauf kriege ich ein signal nein aber vielleicht stand das boot auch nicht ja nicht vernünftig drauf jetzt hat man was gehört aber nur wenn ein spieler drauf ist ja es dreht sich nur wenn ein spieler drauf ist hm aber dann kann ich halt auch einfach einen ganz simplen t flip flop machen dass wenn man hier rein fährt dass man dann über die druckplatten oder über eine druckplatte drüber muss und dann wird halt wieder gespeichert dass da ein boot drin ist und dann kann man rausgehen ihr habt das eben also ich habe es eben noch gesehen das signal und dann funktioniert das ganze auch man muss sich halt nur irgendwie ein schönes design hierfür finden das sieht natürlich jetzt langweilig und doof aus und dann kommen hier ein paar stelle hin Boxen so heißt das wort ein paar boxen hin damit die boote da vernünftig gelagert werden können ich wollte jetzt gleich mit dem redstone anfangen aber ich habe noch ein bisschen was gebaut und das zeige ich euch erst ich habe hier ja die wand gemacht im moment noch mit den schüsselt verzierten bricks keine ahnung mit denen hier halt ich weiß nicht ob mir das gefällt weil es sieht halt grau und grau aus mal gucken zur notende ich das halt nochmal das hier in der mitte damit hatte ich angefangen das gefällt mir irgendwie sehr gut hier finde ich passen die sehr denn das ist die begrenzung für die boxengasse daran hatte ich am anfang gar nicht gedacht bei so einer rennstrecke braucht man natürlich auch eine boxengasse es wäre blöd wenn eines der rennboote direkt auf die strecke kommt ohne irgendwie eine gewisse zeit haben zu beschleunigen und vielleicht baue ich auch irgendwie ein zähler ein dass man wenn irgendwie ein rennen stattfindet irgendwie x mal in die boxengasse muss und okay ich habe jetzt schnell die nacht übersprungen beziehungsweise ja wir und jetzt kommen wir zum redstone ich habe mir gedacht ich möchte diese boxen so klein wie möglich machen ja punkt ja ich will sie nicht groß machen denn gar nichts denn einmal hier rum so und da vorne kommen dann die beiden zauntore rein da habe ich mir noch nicht überlegt und welches holz ich dafür benutze wo ist mein holz und da jetzt mache ich einfach zwei aus dark oak wood und wahrscheinlich wird das generell dark oak wood werden ok ja das ist jetzt sozusagen der grundstein dann brauche ich ein und dann kommt hier das signal an an dieser stelle wo ist redstone da ist redstone und und dieses signal wird dann wer hätte es geahnt in einen t flip flop geleitet ich brauche hier ein repeater damit das funktioniert und sich richtig verbindet und an dieser stelle natürlich auch ein repeater und dann ist hier der redstone block der gleich dafür genutzt wird ein signal an diese beiden nicht zu geben mit hilfe von zwei repeatern die ich gerade nicht platzieren kann so und fertig ist das ganze schon jetzt kann ich hier schon die blöcke hin machen ich habe den untergrund hier ein wenig anders gewählt ich dachte man sieht das mehr hier sind normale steine und da sind halt die half slabs aber ja so doll sieht man das nicht das fällt wahrscheinlich keinem auf außer euch weil ich sie jetzt gesagt habe dann fehlt hier noch blöcke drunter einfach nur damit das nicht durchsichtig ist da und da und fertig ist die box ich zeige euch gleich wie sie funktioniert letztendlich nutze ich das was ich eben herausgefunden habe ich bin jetzt genau irgendwas funktioniert nicht irgendwas funktioniert nicht der der redstone block ist da hinten wenn ich jetzt hier raus springe doch ich habe hier glaube ich ein redstone falsch gesetzt deswegen funktioniert das eben nicht wobei eigentlich hätte dann trotzdem ist auch egal es funktioniert jetzt und mehr gedanken mache ich mehr darüber nicht also ich hole mal ein boot und kann man das am besten sehen erstmal muss ich die box aufmachen wir sind jetzt guckt mal das ist von unten dreckig weil das ein sumpfboot ist sind alle boote von unten schlammig algig wie auch immer so ich versuche jetzt mal hier rein zu navigieren das ist echt schwer mit den booten und so jetzt bin ich in der box kann rausgehen und nichts passiert das boot steht zwar auf den druckplatten aber wie ich eben gesehen habe oder wie wir haben wir das eben gesehen weiß ich ja doch das habe ich gezeigt wird es nicht ausgelöst der tiefschlipflop ist ausgefahren das heißt das boot ist drin jetzt setzt sich jemand rein er möchte losfahren dadurch wird werden die druckplatten ausgelöst und die box wird aufgemacht sie ist auf ich bin gefahren gehe rein dadurch dass jemand drauf sitzt werden die druckplatten aktiviert und die box wird zugemacht so einfach geht das und das muss ich jetzt hier weiß nicht lass mich das vier oder fünf mal wiederholen weiß nicht wieviel hier hinpasst muss mal gucken im optimalfall also das sind vier blöcke ich würde eigentlich gerne hier noch was dazwischen machen aber dann wird das hier sehr kurz oder ich verlängere das da einfach mal gucken ist ja auch eigentlich nur eine spielerei weil jeder sein boot kaputt machen kann und wieder hinsetzen kann und losfahren kann wichtig ist wirklich hier nur diese boxengasse dass man da vernünftig ran kann ohne direkt auf der rennstrecke zu sein ok dann werde ich den rest hier fertig bauen und dann sehen wir uns gleich wieder so von wo habe ich eine gute sicht ich bin nämlich so gut wie fertig doch mit dem teil hier fertig von hier sieht man das gut da habe ich noch half slabs vergessen da sieht man das unten noch aber das mache ich dann off camera das ist nicht so wichtig wichtig ist dass die ganze schaltung funktioniert ich habe mich jetzt doch dazu entschieden die sachen enger beieinander zu bauen denn ansonsten würden hier nur drei boote hin passen und das ist ein bisschen wenig und zu groß wollte ich das ganze jetzt auch nicht machen wie gesagt sie werden wahrscheinlich gar nicht so viel genutzt diese boxen aber es funktionieren alle nebeneinander ich musste die schaltung nur ein bisschen variieren das kann ich euch mal zeigen hier komme ich runter einmal musste musste dieser block hier nach oben gesetzt werden damit das da vorne wartet das hier genau das ist der tiefen plop der piston der nach oben zeigt mit dem block drauf und wenn dieser block also dieses redstone weiter unten wäre dann würde es ein signal von diesem repeater hier bekommen und wenn das hatte ich am anfang wenn das ein ganzer block ist dann würde dann hätte dieser piston hier ein signal bekommen das ist jetzt natürlich nicht mehr der fall weil das redstone da oben ist deswegen brauchte ich diese half slabs nicht aber das waren meine erste meine ersten umbauversuche dass die ganze schaltung so eng beieinander liegen kann und als zweites hier hinten hatte ich das problem dass ja vorher war das so hier und ihr seht schon das funktioniert nicht das redstone würde die beiden repeater ja alle repeater versorgen und ja das ist natürlich nicht gewollt deswegen habe ich das hier einen block weiter raus gezogen und kann dadurch hier so eine einzelne redstone Spur machen die nicht mit dem anderen verbunden ist und so können die dann nebeneinander funktionieren hier unten darf man eigentlich nicht gucken da sieht man was für Fusch am Bau gemacht wurde aber die Stützen fliegen ja zum Glück und dann kommt hier noch der Half Slap hin ja ich habe hier Half Slaps benutzt damit hier keine Mobs bauen und ich mit dem Licht nicht so viele Probleme habe denn das ist ziemlich dicht am Eis und ich fürchte ich muss mir hier schon was einfallen lassen ich weiß nicht ach doch da könnte ich ähm Seelaternen nehmen glaube ich ich meine die schmelzen das Eis nicht bin ich mir aber nicht sicher okay die Schaltung hier da müsste das Boot jetzt losfahren das heißt wenn ich mich reinsetze so ja so ist es richtig wahrscheinlich ist es sogar noch praktisch wenn irgendwo hier ein Knopf ist der das aktivieren kann aber ich wüsste nicht wie das ganze noch in die Schaltung reinpasst und dann muss man halt einmal aus und wieder einsteigen so ja ich hatte erst gedacht dass die beiden Druckplatten da hinten reichen aber so wie es aussieht funktioniert das manchmal nicht auch das finde ich jetzt nicht allzu dramatisch wo ist das normale Eis hier drunter ist das normale Eis und ne ich fürchte das kann ich müsste ich das hier hinten alles nochmal umbauen ich glaube das ist auch gar nicht so dramatisch also ich könnte jetzt hier natürlich noch ein bisschen Red Zone hin machen also das hier auf eine Ebene bringen da Red Zone hin machen dann müsste das hier vorne auf jeden Fall ein halber Block sein damit der Pisten da nicht ausgelöst wird und das mit den Fackeln hier funktioniert gar nicht deswegen lasse ich das wie gesagt das ist glaube ich nicht allzu schlimm hä ich hätte doch hier gerade zwei Stone Bricks auch das ist egal das mache ich jetzt auf Kamera und beende die Folge hier ich habe eine ganze Menge geschafft natürlich bin ich nicht fertig geworden mit dem Start ihr seht was das für eine riesen Sache ist ich habe am Anfang auch gar nicht gedacht dass das so viel ist aber wenn man mal drüber nachgedacht hätte was ich nicht habe dann hätte ich mir auch denken können dass das ganze hier ein riesen Projekt wird also allein der Start und ich hoffe euch hat die Folge gefallen es war diesmal sogar alles dabei schöner bauen und Red Stone ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dann und tschüss bis dann